Hallo, da sind wir wieder, House Flipper. Wieder mal die nächtliche Session für eine Nachtschicht. Es gibt Neuigkeiten, bald gibt es das Home and Garden TV, haben wir inzwischen auch auf dem Satellit das Addon. Würde ich glaube ich auch zuschlagen. Garden Flipper will ich auch irgendwann mal haben, ganz klar. Jetzt schon gibt es die Halloween Edition, das heißt wir werden diesen komischen Arm demnächst haben. Und den Arm, den können wir jetzt auch haarlos machen und wir haben zusätzliche gruselige Items und auch sonst. Alles ein bisschen besser. Super, Scher-Spiel, fortsetzen. Aha, die Idee, dass wir in einem Haus ohne Schlafzimmer leben sollten, ist mehr als werkwürdig. Ja, das ist klar, die zwei brauchen ein Schlafzimmer. Ich weiß gar nichts mehr. Aber ich glaube... Was, Mauer? Ne. Mauer, habe ich da eben Mauer gesehen? Ne, Mauer geht doch erst, wenn wir... Nein. Zack. Ich bin zu Hause. Da sind meine Katzen. Da sind meine Katzen. Naja, egal. Dass der ähm... Was ist das denn eigentlich nochmal schlecht? Ich weiß es gar nicht. Ist da nochmal Schwutz? Warte mal. Da ist ja scheinbar irgendwas kaputt. Oh, ich kann hier eine Heizung kaufen. Das ist schön. Lichtschalter. Das sieht so dreckig aus, das ist einfach nur alt. Das darf halt nicht dreckig sein. Moment. Ne, das wird nicht sauber, das ist nicht dreckig. Das ist einfach nur kacke. Dann putze ich noch ein bisschen die Kochfläche. Und geh... Ne, 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 zack. Nein. Da gehen wir ran. Browser. Das ist das, was wir haben. Aber wollten... Haben wir jetzt jetzt dieses Haus verkauft? Haus eines Genießers. Sanierungsbedürftiges Haus zu einem attraktiven Preis. Praktlicher Aufteilung der drei Zimmer mit Bad und Küche. Hm. Jo. Ich würde sagen, das kaufen wir. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du jetzt hingehen? Ja. Wenn du im Büro bleiben musst, kannst du jetzt in dein neues Haus gehen, in dem du die Vorder benutzt. Zack. Hui. Schauen wir doch mal. Pflanzen. Oh je. Also. Das fängt schon super an. Achso, stimmt ja. Da gibt es ja gar keine Aufgaben. Oh, Moment. Ach Gott, hier. Super. Und grad. Machen wir auch, ja. Sonst noch was. Ja, genau. Fenster von außen. Wir suchen mal ein bisschen nach. Das gehört einfach dazu. Das bringt jetzt nicht viel, aber egal. Ich dachte gar, das wäre seltsame Pilzegel, Schmarotzerpflanzen, aber das ist vielleicht nicht. Was ist denn falsche Spiele? Da. 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 Das wäre mein Haus, dann das hab ich ja rein. Das demos auf jeden Fall. Wie ekelhaft. Ich würd's sagen wir machen erstmal sauber dann siehts alles aus. Dann machen wir hier den Müll noch schnell weg. Nein. Ja. Ich weiß nichts mehr. Oh mein Gott, Spinnenweben. Alter. Nein, das geht gar nicht. Das ist alles so hässlich. So. Haus eines Genießers, ich weiß ja auch nicht, was der da genossen hat, aber es ist ziemlich eklig. Die Lampe können wir gerne lassen. So, reinigen. Das da. Was soll denn da noch sein? Da ist das, das. Da scheint es eher außen zu sein. Oder meinte das, das meinte er. Gut. Hier alles sauber aussah. Das da natürlich. Und. Das da. Immer die Ecken. So. Was haben wir hier? Boah. 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 Tschuldigung. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Das ist ja mehr Dreck als Material, ne? Können das irgendwie... Das sieht auch alles kacke aus, Leute. Hier machen wir es erstmal schön, wir machen das alles leer. Nein. Ja, ist ja gut. Küche braucht kein Mensch. Ach, die Tür, die wollte ich eigentlich da lassen. Naja, egal. Ne, das ist alles hässlich und eklig. Ich räume auf. Ich bin dabei. Danke. So, aufgeräumt ist. Sauber ist noch nicht. Ne. Das ist die Haustür, okay. Und hier noch so ein Ding. Also die Familie da, das könnten wir auch machen, oder? Da gibt es auch genug Zimmer. Oh Mann. Nein, ich wollte keine Wand abreißen. Jetzt hör mal auf. Jetzt hör mal auf. Ja. Ja. Der ist ja eigentlich ganz schön, ne? Ah, das Ding da geht gar nicht. Nee. Komm. Hier machen wir es einfach mal richtig schön. Genau. Hier machen wir es mal richtig geil, so wie wir es uns vorstellen, so wie ich vielleicht leben möchte. Ah ja, gut. Die Tür ist ja auch völlig verranzt. Weg. 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 So, noch ein Zimmer. Ich fürchte schon. Zack, zack, zack. Ja, den haben wir schon. Das Haus und Schlafzimmer kriegt ein Schlafzimmer. Das kriegt sogar zwei. Mhm. So. Also. Sauber machen. Hier machen wir es echt mal schön. Funktioniert das? Erst mal aufräumen. Hier machen wir mal wirklich was Edles draus. Ich weiß, dass es, ähm, wo bin ich eigentlich? Da. Wo ist denn da noch Dreck? Ja gut, da ist es durchaus Dreck. Ist da da oben, ja. Und, ja klar, so. Was ist denn das? Ist das ernst? Ist das kaputt oder was? Kann man auch einfach nix nehmen, hm? Na ja, was nicht mehr sauber geht, das kommt weg, ne? Wie zum Beispiel auch, also die Fliesen würde ich ja nehmen, aber die sind ja widerlich. Es wurde auch, ich bin doch gerade dabei, Leute, bitte. Ja, der Typ da, der will ja immer alles kaufen. Mhm. Da oben. Kommen wir da ran? Ja. Da ist noch mehr. Oder ist das in der... Wo soll das sein? Das ist die Dusche. Ach komm Leute, lasst es sein. Das heißt hier kein Badezimmer, ich mach's schön. Ja. Also der Schwarze an den Kacheln scheint kein Schmutz zu sein. Sondern... Na gut, der Klo ist ja schon geil. Ah, das soll so sein, aber diese Tür muss natürlich weg. So. Erstmal alles, ne? Erstmal alles sauber. Und, oh ja. Der Teppich, der kommt natürlich auch weg. Ich weiß nicht, wie der dafür doch Geld kriegt. Da müsste man für die Ansagen Geld verlangen. Mhm. Wir machen jetzt echt noch was Schönes. Mal gucken mal, wie viel Geld wir hier für kriegen können. Mhm. Ja. So. Ah, da ist noch ein Raum mit. Wer kommt nochmal? Wer kann noch nicht? Oder wie war das? Mhm. Hier war das Übliche. Und oben auch? Nein. Gut. Hier. So. Sauber ist jetzt mal alles. Aber nicht schön. Was ist das? Ist das... Ist das... Nein. Mhm. Wie ging das? So. Oh, ich habe noch einen. Ähm. Ja, ja, ja. Geht ja nur das, oder? Mhm. Na gut. Haben wir da noch was? Da, 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 da. Nein. Okay, aber da wollte ich nicht hin, sondern ich wollte in den Shop. Heizung. Genau. Nein. So. Oh, ja wie schön. Also ich habe mich echt vor, so eine Art Top dabei zu machen, ne? Weil... Ja, aber gut. So. So. Bin ich hier echt mal gespannt. Hier muss natürlich auch noch eine schöne, normale Dusche rein. Und das Klo bleibt hier und die Waschmaschine auch. Die ist angeschlossen, ja. Mhm. Ja, ja. Du? Dusche. Mhm. Welchen nehmen wir? Die normale. Und... Genau. Genau. Genau da hin. Hier montieren. Zack. 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 Hallo? Also fertig. Ist die montiert? Kommt man halt nicht mehr durch, ne? Achso, das Waschbecken noch, ne? Wasch. Da kommt aber ein ganz normales hin. Nein. Waschbecken. Wasch B. Was haben wir denn da? Nehmen wir was günstiges. Oh komm, nehmen wir das. Aber in einer neutralen Farbe. Hallo, wieso fängt das an zu laufen? Hätten wir das denn auch? Jetzt brauchen wir noch das Schlafzimmer. Das Bad bleibt so, das soll so sein. Das ist kein Dreck, das ist einfach nur. Wir machen hier ein Schlafzimmer in einem hellen Schlafzimmer. Jetzt da raus. Das müssen wir auch noch machen, das ist ganz klar. Wo denn noch? Ach, da oben ja. So, Heizung. Zack, zack. Ja, da hin. Das können wir inzwischen. Dann machen wir noch schnell diese Tür weg. Nein, das will ich nicht. Ich wollte... Wo sind denn die... ... ... ... ...